Fast 700.000 Schweizer leben im Ausland. Oft getrennt von Freunden, Familie und Partnern. Auf einige wartet die grösste Überraschung ihres Lebens. Heimlich organisiert von ihren Lieben aus der alten Heimat. Sie sind Überraschungsagenten auf der Mission Surprise. Mission Surprise ermöglicht durch Swiss mit ihrer Aktion Seeds for Switzerland. Ich würde einfach gerne umarmen können. Er ist für mich die Familie. Ich habe ausser meinen Jungen keine Familie. Für mich ist es meine beste Freundin ganz fest. Die Sendung führt Jasmin auf Windhoek. Genau. Anessa, willst du überraschen? Stimmt das? Ja, für die Jasmin bin ich da. Ja, ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalter. Geniessen Sie seinen Kanal auch mit dem Sonnen. Ich will mal an. Das ist ja Wahnsinn. Das ist so eine Überraschung aus der Schweiz. Haben wir eine Überraschung gesehen? Ah, okay, so ein paar. Let's have it, let's have it, let's have it. Oh my God. Oh my God. Langsam, langsam, langsam! Okay! Okay, okay, jetzt! Wie wird es wirklich so gefallen? Es ist wirklich so faszinierend! Der Eindruck! Oh, das ist ja auch da! We love Luana! We love Luana! We love Luana! Das ist ein feinlich komisch. Ich fühle mich gerade die Lady Star. Okay! Die meisten von euch! Hey! Stop it! Now you're ready! New York! Oh my God! No! Oh my God! Oh my God! Yahoo! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mission Surprise. Ermöglicht durch Swiss. Mit ihrer Aktion Seeds for Switzerland. Oh my God! Morales Roxies Oh my God! Vielen Dank.